Willkommen zurück in unserer Basis mit zwei Stühlen und zwei Blumentöpfen, gesponsert von Soraya. Ich glaube, die stehen schon in ein paar Folgen da. Was haben wir das letzte Mal getan? Nichts, wir sind komplett leer. Ich glaube, wir hatten Steine abgebaut und wir haben es jetzt 18.22 Uhr. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall nochmal los. Weil, warum nicht? Erstmal reparieren wir. Möchtet's Raaya denn dann mitkommen oder wollte sie irgendwas abbauen? Ja, ich muss ruhig führen. Nachdem ich alle Werkzeuge da eingeschmolzen habe, hast du die Pick-Axe da hinlassen? Ja, nee. Die Pick-Axe lassen wir natürlich da. So, wie sieht's denn hier drin aus? Bisschen Muni. Dann radeln wir mal direkt nochmal los. Du bist beschädigt. Du bist auch nicht unser Rad. Wo ist denn unser Rad? Da ist unser Rad. Radrad. Radrad ist ziemlich beschädigt. Wir waren tot. Mal wieder. Okay, wir können jetzt ab jetzt her eigentlich ziemlich entspannt looten gehen. Da wir ja erstmal eine Axt gefunden haben. Ne? Also schauen wir mal, was wir so brauchen. Haben werden wollen. Was wir so brauchen. Haben werden wollen. Mais. Okay. Ich, 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 ich. Ich habe Auftrag Mais suchen. Das bekommen wir doch bestimmt hin. So drei Führereien, ne? Ich muss jetzt nochmal starten. Oder hat es zu lange gedauert. Zu lange gedauert. Okay. Jo, wir sind ja nicht so schnell unterwegs. Du und deine Löcher. Irgendwann geht mein Bike kaputt. Klar, eins wo du dich mal in geruddelt hast. Ja doch, das ist ja deine alte Basis. Ne, es ist nicht meins. Meins war ja noch bei der alten Basis. Oh Gott. War die Stadt so weit weg? Mensch. Jetzt können wir sogar den Bär mitnehmen. Wow. Aber kommt da gar kein Schaden. Boah, zehn Schuss. Ne, das ist aber ein echter. Gibt 50 Fleisch wieder. Und vor allem sieben Tierfetzen. Fetteningen. Frittierfett. Frittenfett. Wir schnappen uns dann gleich mal das erste aus, was wir hier so bekommen, aber was man wirklich als Haus zählen kann. Das da ist mir viel zu Ruinen nicht. Ruinig. Ja. Dann kann ich jetzt wieder rumholen. Ne. Ne. Das ist auch ein bisschen vieler da. Na, das ist auf jeden Fall ja. Ein Wander-Trader. Irgendwo hier. Daher sind wir noch eine Hacker, aber es ist schon elf dabei. Wo genau ist er denn? Ach, da vorne. Ich glaube, die Connected Card. Oder der Typ macht gerade auf. So. Hi. Typ. So, was hast du denn? Eisbogen, Werkzeug, Werkzeug. Wiretool. Ach, nischt. Nichts Interessantes. Hast du ja immer noch bei dir. Na, dann dauert es bestimmt wieder noch. Und wahrscheinlich wieder zwei Versuche. Das hier ist das Curling Center. Ne, das doch. Ich mach ganz schön wenig Schaden. Dabei hab ich den... Ops, dabei hab ich den... Typ, das sind meine Zombies. Typ, das sind meine Zombies. Okay. 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 Noch keine Zombies da? Kommt noch. Ach, da sind die Curling-Dinge. Das ist ja niedlich gemacht. Ah, jetzt dann glaube ich. Natürlich Antibiotika. Schon wieder. Na gut. Sind doch einfach nur Klos hier, ne? Jo. Hui, erschreckt mich nicht so. Ah, hier haben wir die Doping-Schränke. Ja. Na, sonst nur Klos. Obwohl Lockpicks brauchen wir aber auch nicht mehr. Hm, scheinbar sind keine Zombies dann. Sehr langweilig. Ach, das ist ja echt heiß. Das ist ja cool. Hm, ja, hier ist, so wie ich das jetzt sehe, ist ja nicht mehr so ein Ansage-Dingens. Joah. 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 Nix, nix da. Aus die Maus. Okay, dann gehen wir hier rein. Au. Das war gar nicht der Händler. Ja. Ja. Ja, er hat mir das Bein gebrochen. Ach, herrje. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schlucki-happi trinken hier. Ah, wir haben das hier frisch auf 10 gehauen. Okay. Hey. Hier kommen wir nimmungswo rein, offiziell. Okay, dann gehen wir. Hallo. Hallo. Kein. Was haben wir hier? Huh. Dann müssen wir mal aufmachen. 2, 8, 3, 4. Okay, weitergehen. Ja klar, dich reparieren wir. Easy. Ja, 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 ja. Kleber nehmen wir mit. Da brauchen wir bestimmt noch. Ich sage ja jetzt schon 3 Jahre, weil ich mir nicht. Ach, hast du das geld, ja? Ja, habe ich schon letztens drüber gemacht. Danke. Ah, nett. Mal gucken, ob ich etwas nettes finden. Wir haben ja unsere Lockshatter-Blühne drin, da ist das hier ja kein Problem. Jetzt bringen wir noch hier rein. Vielleicht gibt's hier ja auch noch was Nettes. Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, okay, okay. Oh, der Stipp ist ja falsch. Bleib liegen. Hallo? Na, nehmen wir mal mit. Oh! Wie bist du denn noch vor, da zu kommen? Ja, guck, kommt da. Boah! Ne, die können auch unten reingekommen sein. Ich bin einfach nach Hintertür. Okay, okay, okay. Was hier alle die Retrophäen hier in diesen Aktenschränken haben. Da kommt weg. Okay, dann nochmal das hier. Ach, sind ja zwei. Hä? Hab ich das echt nicht gesehen am Anfang? Na ja, nehmen wir mal mit. Na doch, könnten doch von oben gekommen sein. Hallo? Ja. 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 Ist okay, ne. Kann man machen. Dann gehen wir mal weiter schauen. Und, kam sie von hier? Ja. 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 Ähm, da lang. Dann nehmen wir das hier gleich. Was auch immer das für ein hübsches Gebäude hier ist. Was haben wir denn hier? Das war bestimmt der Händler. Wo rennt er denn gerade rum? Da hin. Okay. Huch! Können wir hier irgendwo rein? Nee. Hier können wir rein. Gottschau Bank. Waren wir hier schon? Nee. Sieht neu aus. Oh, ey. Hat er gelanget da? Was ist das noch überhaupt hier? Was ist das so? Haben wir hier gerade wieder zurück? Man muss das jetzt noch etwas gesagt haben. Wir haben hier ein paarностиilexz. Ja, ich mache mit den ihren Waren. Der ist das soitsiede! Es muss ich nicht. Die ist das soitsichert ihr! Ne? Hier ist es gut. Das ist alles. Wie ist es standstiel. Wie ist es jetzt? nur nur hier schönes der geht nicht, ok ja, nehmen wir mit ach, der Händler schießt hier schon wieder rum leicht verschreckt schauen wir uns erstmal ein bisschen hier rum genau merkst du noch was? das ist echt der Händler ist der Händler hier drin? ja gut, dann räumen wir auf ok kommen wir uns nur ein bisschen um hier hier gehts auch noch hoch na, schon viele Türen hier Typ der erschreckt mich jetzt auch hier wo hat der Händler aber geschlafen da dachte ich eher nicht, dass er schon so nah ist aber sonst haben wir da nochmal ein bisschen mehr geguckt naja klar für einen Schlag so hallo hallo na, ok ok ach ja komm nimm mal mit okay was haben wir denn hier ok schau da Soll es das denn hier schon gewesen sein? Es ist noch. Trinken wir mal lieber noch was, falls wir rennen müssen. So. Hallo Nacht. Na wirklich toll war die Bank jetzt hier aber nicht. Aber wir nehmen was wir kriegen können. Ich habe Mais gefunden. Ich habe das. 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 Level Up. Also wie viel soll ich nun ungefähr mitnehmen? Ich kann so ein paar mitnehmen aber aufsächlich weichen mir denn die Sachen. Schauen wir mal wie viele lebendige Pflanzen wir hier haben. Okay. Mehr haben wir nicht. Okay. Mehr haben wir nicht. Ich war jetzt hier in der Bank auch schon drin? Ja. Okay. Na komm her. Okay. Bisschen besser zielen wäre noch ganz gut. So was haben wir denn jetzt? Die haben wir. Na nehmen wir mal hier hin. Mal ein paar normale Häuslis. Halbato. El-Bato. Ich glaube ich habe gut getroffen. Ich glaube ich habe gut getroffen. Das war's. Das war's. Ja, ja. Gut. Schutzanzugbose nehmen wir mal mit. Hey, grad irgendwas? Bist du doch weggegangen? Was los ist hier? Danke, 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 danke. Das war's für die letzten vier Beutel übrigens. Ich trau mich aber ehrlich gesagt grad nicht in das Haus rein während der Nacht. Irgendwie halte ich das für eine ziemlich doofe Idee. Ach, das ist einfach nochmal ein Curling Center. Ach, ne, ich guck da hin. Ach, verstehe, okay. Ach, das ist unser Fahrrad. Äh, da. Dankeschön. Das ist ein Lebensmittelladen dort drüben, oder? Sieht doch ganz danach aus. Aber Lebensmittel brauchen wir jetzt nicht wirklich gerade. Ne, nur wenn er so eben ist, aber ansonsten. Ja. Ohhhh Jetzt haben wir wenigstens die in den Hosen aufgeweckt Oh, schon jung Typ, der war echt gemein Ah ja, dachte ich mir schon Nehmen wir mal lieber noch eine Tablette Gut, haben wir das auch geschafft Dann nehmen wir mal wieder rein Das sah jetzt nicht so aus, als hätten wir hier irgendwie besonders was Oh, nett Kloß Ah, dann gehen wir mal lieber raus von hier Die Krami rumgümmelt Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr raus Ja, ja, ja Hoi 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 So nicht Hm, das zählt Das sah jetzt nicht sehr interessant aus Oh, neues Beerdigungsinstitut Da können wir mal hingehen Ja Bin wir mal da? Nö Hallo Oh Oh, war da? Oh, was? Oh, ihr Benke hier Na, das ist ja jetzt aber schlecht hier Okay Okay Und dann Oh, wir brauchen noch eine Oh Was haben wir hier? Na, machen wir mal auf Oh Ah, wir brauchen viel kriegen Hallo Okay Hier ist zumindest niemand so weit Bis jetzt Okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay Da kommt doch jetzt jemand runter, oder? Hm Hm Okay, so weit, so gut erst mal das hier Ah, wir kommen ja vorwärts Oh, ich hab kein Trinken mehr Also muss ich dann eh zurück Ich hab's hier nicht noch irgendwie einen Weg Gab's hier nicht noch irgendwie einen Weg? Nö Okay Wir müssen auch mal bei den Frischfällen dass ich bei den Meisterkopf leider von der Lange um einstellen Ja So, jetzt fahren wir erstmal Richtung Heimat und dann kann man den Rest der Nacht sogar noch ein bisschen bauen oder so Zumindest konnten wir ein paar Häuslein frei von Loop machen Und dann geht's mal bei den Blumen Oh, ich hab's hier nicht mehr Ich habe einen Schropp Und dann geht's mal bei den Frischfällen Na, nur los, Herbergaufruf. Na, nur los, Herbergaufruf. Ach, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Stamina-Mangel, weil wir Durst haben. Aber wir schaffen es schon nach Hause. Sieht schon jedes Mal schick aus, vor allem nachts. So. So, und beim nächsten Mal werden wir dann ein bisschen bei der Basis bauen. Bis dann.